Hallo wieder zu Nusses Stulles, Burg Nussstein und ich hänge hier fest. Ach, da haben wir noch Sand. Nämlich mit dem bisschen Sand kommen wir nicht wirklich weit. Oh, 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 oh. Und hier gewittert ganz schön. Ach, schon gewittert zu Ende. Ach, gehen wir pein. Oh, oh, da ist auch eine Bühne der Echse. Mit böse böse Echse, die sich da in unserem Gebiet auffällt. Jetzt kann man ein paar Zombies, da ist die Echse auch weg. Bim, bam, die Echse ist tot, die Echse ist tot geworden. So. So. Gehen wir... Oh, das war nicht so gut. Oh, ein Herr Krippermann. Der Herr Krippermann ist da wieder. Der Krippermann hat mich hier kaputtgemacht. Der Krippermann hat mich da nichts kaputtgemacht. So. Wo haben wir die? Wir haben ja auch ein bisschen aufgeräumt. Ach ja. Alles topte, alles gut, gut, gut. Keine Aufregung. Ach ne. Das ist jetzt zu hoch. So. Sollte unser Werk, sollte auch griffbereit haben. So. Ich hätte auch den... Den Red Storm mal... ...tun können. So. Malen. So. Na, Zero. So. So. Das sind die. Wir machen die Benutzen jetzt von dir. Hm. So. So. Also irgendwie war ich da jetzt imstander gekommen. Nee, jetzt stimmt hier fast überhaupt nicht. 1, 2, 3. So. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja wenn ihr was auf die Mutz haben wollt, bitte. Kommt her. So, jetzt haben wir hier die Klinienreparatur. So, dann reißen wir mal diesen Schutzweich hier ab. So passt das einem gar nicht. Oh Gott, so gut mache ich jetzt hier nichts kaputt. So. Und hoch. Egal, jetzt ist er jetzt zwar doppelt vergaßt, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, jetzt hier unsere Schutzmauer. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. So. 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 Sooo 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 1,2,3 1,2,3 Ja, egal, jetzt muss ich mich grad bisschen mehr konzentrieren als sonst Weil dieser Abschnitt da ist ja schon bisschen gemelliger So So, äh, äh Wo waren wir jetzt? Stinkerbriefen? So 1 So Sooo Oh, jetzt ist es Nacht Es wird Nacht hier 1,2,3 1,2,3 2 etc 1,2 Untertitelung des ZDF, 2020 So, genau Nee, 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 nee Das ist gar nicht richtig, so ist das richtig Aber wir ein bisschen krass, minimal ist krass Verschwindet So, zeigt sich irgendwie da Im Gestein also Die ganze Klaus-Arbeit Das Klaus-Gekriebe hier Das ist So, jetzt So, jetzt So So Unsere Unterwasser-Passage Damit wurde beendet Jetzt haben wir Den schwersten Abschnitt hier beendet So So Was sagt die Koordinate 11 hoch und Noch 14 nach So Also müssen wir Gucken Was wir da machen können So 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 Oder ich baue einfach hier weiter so und dann werde ich dann später dann noch einen Tunnel einfach in die Stelle bauen, wo ich in Borde. Erstmal baue ich hier hoch bis zur richtigen Höhe und dann wird später da umgebaut, wie ich das brauche. Oh, was baue ich denn da wieder? Ein bisschen mehr Konzentration bitte. Ich werde leicht drum konzentriert. So. So. So, jetzt geht es hier schneller. So. So. Und wieder beleuchtet. So. 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 zu bauen, ohne aufpassen zu müssen, dass da... Jetzt haben wir noch sechs Stufen, müssen wir gehen. Nee, das war der Bau. Ja, hoffentlich gibt es bald mal vernünftige Mods hierfür. Wir dürfen jetzt den 2 nehmen sollen, naja. Da haben wir uns verbaut. Und wieder beleuchten einmal. Oh, ich nehme da mal... Ich mache da immer noch mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott. Wo ist er hin? Oh Gott, jetzt... Wir müssten unter unserer Lagerhöhle sein Und da wird wohl der Enderman jetzt rumturnen Habe ich das ungute Gefühl Aber wie viel hält denn so ein Enderman hier aus? Noch drei Stufen Wie baue ich das dann? Ich glaube das Lager war noch eine Stufe höher Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe ihn doch ganz klar angegriffen Da wartet uns ja auf uns jetzt in unserem Tunnelsystem hier In diesem Höhlensystem was da ist Oder gar in unserem Lager wartet er Auf uns Dah ist er Dah ist er, Dah ist er, Dah ist er, Dah ist er Oh Wow! 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 Taucht da vor uns hier auf. Ja, dazu ist die letzte Stufe, die wir hier meistens. Ja, dazu ist die letzte Stufe, die wir hier sehen. So werde ich jetzt gleich mal gucken, wo das Lager ist. Ne, das Lager musste ja auf die gleiche Uhr sein, aber auf welcher... Ich werde Kriper ins Lager gehen. Ja, ich werde Kriper ins Lager gehen. 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 F3 37 73 Also zur %X-Achse. Okay. So %X-Achse. So %X-Achse. Und schnell kurz. Und. Eins ins Loch. Na, ich glaube wir waren jetzt ein bisschen weit hier reingekommen. So, zur Positiven, ich sag'se, Upsi, ähm, Okay, das ist scheinbar egal. Wo wir hergehen, wir müssen nur 20 Blöcke wieder zugehen. Und wir kommen Richtung Lager raus. Das Lager ist weit genug. Okay, einfach hier dumpf jetzt durchbauen. Das Lager ist weit genug. Und schön beleuchten natürlich. So. 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 Oh ja. So lang ist das auch nicht mal in dieser Süßkunft. So. 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 Endermänner hier unterwegs Hoffentlich sind die jetzt nicht auf uns alle eingesetzt, weil wir einen Endermann getötet haben Unlustig So Oh, da ist hier Kohle! Da übern sehen wir einfach so mal Kohle, dazu misst die gar nicht. Da könnte jetzt auch wieder eine Höhle sein, aber das will ich jetzt gar nicht wissen. Genügend Höhlen hier noch zu erforschen. Nächster Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 So und So und mit diesem Blick in unsere tiefe U-Bahn sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal.